Wie zur Behandlung und Heilung Schleim im Stuhl Mokus ist eine glatte, dicke Substanz in vielen Orten im ganzen Körper produziert, darunter in der Schleimhaut des Verdauungstraktes. Schleim schmiert Oberflächen und ermöglicht Materialien problemlos passieren. Eine gewisse Menge an Schleim im Stuhl ist normal. Jedoch erhebliche Mengen an Schleim und Schleim begleitet von Durchfall, Schmerzen oder Blut kann einen Darmzustand wie Infektion oder Entzündung bedeuten. Erhöhte Mengen an Schleim im Stuhl kann auch mit Krebserkrankungen des Dickdarms oder in Darms oder mit Darmverschluss auftreten. Entzündungszustände des Darms, wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn können Bauchkrämpfe und Blähungen führen. Durchfall ist gemeinsam mit diesen Bedingungen, obwohl Verstopfung kann auch auftreten. Darüber hinaus kann, Blut im Stuhl als Folge der anhaltenden Schäden an der Darmschleimhaut vorhanden sein. Muckus wird verwendet, um diese Bereiche des Körpers feucht zu halten und hilft, Nahrung durch die Speiseröhre in den Magen zu bewegen. Es ist normal, eine kleine Menge an Schleim auf Nahrung zu befestigen durch das Verdauungssystem bewegt und mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Wenn jedoch eine große Menge an Schleim im Stuhl erscheint, ist dies ein Zeichen dafür, dass das Verdauungssystem unter Distress ist. Die Untersuchung der Symptome, die diese Erscheinung der übermäßigen Schleim begleiten kann Ihnen helfen, die zugrunde liegende Ursache Ihrer Erscheinung bestimmen. Ursachen von Schleim im Stuhl Verstopfung Verstopfung ist definiert als weniger als drei Stuhlgänge pro Woche haben. Dies kann durch eine unzureichende Zufuhr von Flüssigkeiten, schlechte Ernährung, verlängerte Einnahme bestimmter Medikamente, mangelnde körperliche Aktivität, Missbrauch von Abführmitteln und andere Bedingungen verursacht werden. Neben anderen, falls einen Stuhlgang Verstopfung passieren kann, Schwierigkeiten beim Stuhl verursachen, weil es schwer, Blähungen, Schmerzen oder eine unvollständige Gefühl, wenn man schließlich einen Stuhlgang machen geworden ist. Infektionen Es gibt eine große Menge von Bakterien, die das Gleichgewicht der Mikrobiellenflora wesentlich für die Verdauung zu halten helfen. Wenn diese wesentlichen Bakterien durch Krankheitserreger überwältigt werden, kann es die Fähigkeit des Körpers auswirken Nahrung richtig zu verdauen. Viren, Bakterien oder Parasiten können das Verdauungssystem eingeben und Gastroenteritis verursachen, zu einer Entzündung des Darms oder des Magens führt. Diese Infektion kann auch zu Blähungen, Bauchkrämpfe, Fieber, Übelkeit und Schleim in Durchfall führen. Symptome Schleim im Stuhl kann andere Symptome begleitenden Verdauungstrakt betreffen, einschließlich Bauchschmerzen oder Krämpfe Abdominalschwellungen, Blähungen oder Völlegefühl Abnormal übel riechend Hocker Blut im Stuhl, das Blut rot kann, schwarz oder theerartige in der Textur Änderungen der Stuhlfarbe oder Konsistenz Durchfall Stuhlinkontinenz, Unfähigkeit zur Kontrolle Stuhl Gas Übelkeit mit oder ohne Erbrechen Schmerzhaften Stuhlgang Dringender Bedarf Stuhlgang Andere Symptome, die mit Schleim im Stuhl auftreten können Gliederschmerzen Fieber Allgemeines Unwohlsein Nässe-Sucht Diagnose Verschiedene Tests können Darmkrebs zur Diagnose verwendet werden, einschließlich Rektale Untersuchung Koloskopie und Sigmoidoskopie Bariumanlauf Röntgen, Ultraschall, Rektale Ultraschall, CT oder MRT Untersuchung Bluttests, einschließlich eines karzinembrionalen Antigens, CR, Test, CR wird von einigen Krebszellen in hohen Mengen produziert, insbesondere in Darmkrebs Behandlung Colitis ulcerosa minus In diesem pathologischen Zustand führen die Schleimhaut des Epithels Auskleidung des Dickdarmes entzündet, die letztlich in der Entwicklung von Geschwüren Diese Geschwüre zu einem späteren Zeitpunkt beginnen Blutungen und wegen solcher Wunden in der inneren Auskleidung des Darmes, die Produktion von Eiter und Schleim erfolgt Diese Anstiegmenge an Schleim wird dann aus dem Körper über Stuhl geworfen Bakterielle Infektion minus Natürlich gewisse Mengen an Bakterien und Häfen sind im menschlichen Darm die Verdauung zu erleichtern Einführung von Fremdpartikeln kann das Ungleichgewicht verursachen Bakterien wie Seminellen, Campylobecta, Schigelen oder Yersenia, sind der Hauptschuldige der Infektion Bakterien Dieser pathologische Zustand der bakteriellen Infektion kann zu Fieber, Durchfall oder Bauchkrämpfen zusammen mit einer erhöhten Schleim im Stuhl Die meisten der Zeit keine spezifische Behandlung erforderlich ist, und die Situation wird auf ihrer eigenen lösen, sondern sollten kontinuierlich überwacht werden Wenn Situation zu verbessern nicht über eine Zeit, dann kann es ernst sein und brauchen Behandlung mit Hilfe von Antibiotika Es ist immer besser für den Arzt konsultieren Darmverschluss minus Darmverschluss ist eine der häufigsten hinter Anwesenheit von Schleim im Stuhl gefundenen Gründe Es ist mit schweren Bauchkrämpfen, Bauchauftreibung, Verstopfung und Erbrechen Darmverschluss kann aus verschiedenen Gründen sein wie Magenhormonhaushalt, geringe Wasseraufnahme, erhöhte Häferbildung zu verlieren In einigen Fällen kann es aufgrund der anatomischen Behinderung sein und notwendig, um die Sache zu heilen bekommen betrieben Reizdarmsyndrom, Ips, Minus Wie bei Colitis ulcerosa, in Reizcolan, ist es Steigerung der Produktion von Schleim durch die epitheliale Auskleidung des Darmes, die dann durch Hockern geleitet wird Es wurde beobachtet, dass mit Diaphoge dominant Reizcolan, mehr Schleimbildung assoziiert ist Morbus Crohn, CD, Minus Es gibt eine geringere Menge an Schleimproduktion mit der Crohn-Krankheit assoziiert Schleim im Stuhl ist auch mit Analfüsse verbunden Beziehung da versucht es